Sie ziehen drei schwangere Frauen zusammen und stricken für ihre bald kommenden Kinder Pullover. Sie stricken schon dahin, pratschen ein bisschen. Auf einmal greift die eine von den dreien in ihre Handtasche und holt eine Tablette raus. Sie nimmt sie und die anderen beiden, hey, was nimmst du dafür Tablette? Ist alles okay? Und die Frau sagt, ja, ja, kein Problem. Ist nur eine Vitamintablette. Ich möchte, dass mein Baby groß und stark wird. Und sagen ein und zwei, na, okay. Und sie stricken wieder alle brav weiter. Dann kommt die zweite, auch sie greift in ihre Handtasche, holt eine Tablette raus und nimmt sie. Die anderen beiden wieder, hey, was ist mit dir? Was nimmst du hier? Ja, also eine Calcium-Tablette. Ich möchte, dass mein Kind starke Knochen hat. Cool, sehr vernünftig, ja. Die Damen stricken wieder weiter an ihrem Pullover. Kommt die dritte und sie greift in ihre Tasche rein und nimmt auch eine Tablette. Die anderen beiden natürlich. Und was nimmst du für eine Tablette? Und die dritte sagt, kontagan. Ich kann keine Ärmel stricken. Der Montagswitz. Das war der Montagswitz für heute. Ich weiß etwas Böse. Erzählt ihn trotzdem weiter. Und ich hoffe, ihr erntet ein paar Lacher damit. Danke fürs Zubeisein. Wir sehen uns nächste Woche wieder, hier beim Montagswitz. Habt eine schöne Woche. Ciao.